Was wird jetzt auf der Rückseite merken? Moment mal, das ist dann hier gar nicht auf. Ja, aber wir spielen uns exklusiv hier gleich in SWR 3 und exklusiv jeden Morgen ab 5 haben wir auch dann verschreiben. Hallo, hier sind Anette der Politik und Volker Janitz aus der SWR 3 Morning Show. Unsere Kollegen Preuß und Zewitzki, die Sie auch kennen aus der SWR 3 Morning Show, sind im Moment auf Tour mit ihrem großen Comedy-Programm, so soll ich bald auch in ihrer Nähe, heute Abend in Freudenstadt auf der Bühne. Und morgen morgens am Telefon in der SWR 3 Morning Show als eine ihrer vielen Figuren. Und zum Beispiel Peter Gedöns, Katzenviertaler, Wetterbauer, Zeusinger, das ist bei uns in der Morning Show zwischen 5 und 9.